hallo und willkommen zurück zu einer neuen folge von let's play alien isolation lange ist ja ja und wir haben ja letztens aufgehört dass wir diesen androiden hier wieder brauchen brauchen ja und ich habe gerade das spiel gestartet mir wird jetzt schon wieder mulmig gut also wie schalten wir den an strom wieder herstellen ja können wir das sind also da sprich ich muss ich muss da hoch frage ist natürlich jetzt nur wir und ich habe so das gefühl dass wir durch den lüftungsschacht müssen lüftungsschacht habe ich da drüben gesehen oder wir gehen hier rein werden wir sehen ein speicherpunkt auch kommen hätten wir letztens sprechen können aber egal ja wirklich lange ist es her sind wir hier schrott in vita ist voll okay mit kuba oder nee rauchgranate wie war es mit dem bauen ach so ja wir sind okay also wer mit den speicherpunkt geholt wo kommen wir bitte nach da oben oh die leiter oh alter diese atmosphäre die macht einen schon wirklich so übelst also die flüssen übelst angst sein ich weiß nicht warum also ja genau hier brauche ich eine schlüsselkarte und ich glaube wir müssen dann mal hier hoch ah ja und jetzt direkt speicherpunkt ok und sehen dann brauchen wir den aber auch mit denen wir brauchen den jetzt wird wahrscheinlich angeschalten aua das hat in den ohren weh ich werde das ist jetzt da unten dafür ist da wahrscheinlich auch der lüftungsschacht kommen wir da runter hallo naja gut auf nach unten ok na nix auf dem radar da befreien wir mal den androiden was ihr gebt nicht für so gute idee halte ok ok wir nehmen dich ja hoffe ich auch wir nehmen dich bitte mäuse wie kann ich ihnen helfen ich brauche einen kompressionszylinder komponentenlager reihe 1 stapel b bitte folgen sie mir aber mach nicht zu einem krach ja zeig das mal in androiden zeig das mal in androiden zeig das mal in androiden ach das ist er Junge ich dachte grad schon so dann mach mal schön die fläche die tür hier auf vielen dank ui ob das er hier rein kann ich weiß es nicht oh der kompressionszylinder befindet sich am ende dieser reihe ja frage ist nur wie kommen wir da rüber ich würde da nicht durchgehen ich habe ihn davon abgeraten ach lol es ist jetzt ein schieberätsel hier oder was warte mal wie kommen wir da rüber ähm am ende dieser reihe hat er gesagt kann man den nicht nach unten fahren gesperrt der hier ist okay sprich wir müssen man kann ich nicht einfach okay man stirbt sofort gut zu wissen ich hätte gedacht dass man vielleicht nur kurz schaden kriegt ja ja okay also aber wie kommen wir denn dann da rüber bitte die frage ist ja wie also wenn wir das eine ding runterfahren hm kommen sie mal her jetzt zu dem hinlaufen oder was er wollte kommen sie mit ich brauche einen kompressionszylinder komponente lagerreihe 1 starte b bitte folgen sie mir das ist doch links die erste reihe hm hm schwierig also wir können jetzt eine ding runterfallen das andere ding hoch bringt uns aber nichts ja komm mal hin der brudi ja guck mich nicht so an aber es sind drei zahlen die hätten wir nicht herausfinden können also echt dankeschön so genau dich können wir jetzt ja nach unten fahren ne nach das ah ok nach unten mit dir wir sind da der kompressionszylinder befindet sich am ende dieser reihe ja mach mal du gehst kurz ach ich muss durch das ergibt irgendwie auch sinn oder was ist das hier Evolver genau er geht in flammen auf unser freund ist noch nicht hier das ist gut also sprich hm hm ja fahr weiter nach oben rätzelei hier oder müssen wir das ganze nach oben fahren ne ne aber man kann es ja nicht weiter nach unten fahren der ist ja jetzt gesperrt ne ja hm 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 wenn der oben ist müsst ihr sich reihe dort der drüben aktivieren bitte mal jetzt hä hä lass mich mal ganz nach oben fahren mal gucken ob da was ist oh stopp ein sensor kann mir mal gut gebrauchen ok ist uns auf der anderen seite was ok er kommt näher ah man kann beide feiltasten bedienen also sprich ich kann das ding doch noch unten fahren lassen muss nur die hitbox treffen muss nur die hitbox treffen nein nicht nach oben nach unten im mittel so dankeschön jetzt kommen wir nämlich auch hier rüber ach ohne eine gewischt zu kriegen so anscheinend soll das ja hier sein und hier wurde schon jemand gegrillt da oben liegt er hab ich das war wohl ein trigger und zwar ein deutlicher und zwar ein deutlicher geht jetzt wiederum schleichen wir gehen einfach mal durch den weg rein wo wir rausgekommen sind ne und speier nochmal speierle nicht verkehrt und dann zurück zum fahrstuhl speichern hey danke danke schon ok ich hab da hinten aber noch was gesehen was ist das denn ist ja gut holy shit holy shit ahja ich hab keine ich hab doch eins ja was ich sagen so ok zurück zum fahrstuhl so ist es nicht so schwer so eigentlich und irgendwie noch an den leuten wieder vorbeischleichen es setzt hier abgottiges glück war es sind die leute so frage ich sneek ich nochmal ach c ah ja nicht schießen dann kann ich da also andere richtung hier kümmert euch mal um die da unten naja und ich speichere hier nochmal immer schön speichern leute so ja bitteschön und zwar moin se moin se joa es hat wohl nicht so geklappt warte oh moin ähm du machst da deine tour ja und ich geh in die andere richtung ja ist gut gut finde ich auch fach 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 und dann gespeichert oh ja hi willst du mich einmal umbringen ja komm her ah oh moin ok wir müssen das alien weglocken ich hab noch ein geräuschmacher den können wir dann da hinten platzieren jetzt läuft hinten rum und wir gehen in der Zeit zum Fahrstuhl vielleicht das wäre eine Idee so also wir brauchen dafür einmal einen Geräuschemacher die schießen jetzt ne oder schießen die gar nicht weil okay okay das ist grad einfach nur random dass die geballert haben wir brauchen es wondered welchen denn es macht uns etwas kapitях über so ist Scheiße. Was? Okay, das ist schwieriger, als ich dachte. Okay, sehr, sehr, sehr viel schwieriger. Ich nehme Geräuschmacher. Und werfen den irgendwie... Wenn der mich jetzt genau da hinführt, das wäre gut. Ich hoffe, der kommt mir jetzt hier nicht entgegen. Das wäre natürlich nicht so praktisch. Oh. Ganz pikruf, das bringt mich davon auf die andere Seite. Hm. Ich habe von hier, glaube ich, eine bessere Schussbahn, oder? Ich bin froh, dass ich euch gefunden habe. Hat das Meer gerührt? Geh mal gucken. Geh mal schön gucken. Genau, so ist es richtig. Jetzt immer noch eine Leuchtfackel. Halten die. Denkt ihr? Oha. Easy. Ich speichere die nochmal. So. Ich sage... Bye-bye, ihr Penner. Bye-bye. Puh. Das war doch mal wieder spannend, ey. Okay. Das Ehrchen wurde nach oben gelockt. Und es ist noch nicht vorbei. Oh, ein Specherpunkt. Ja, gut, ne? 14 Asker zum Tätenflüssigkeitswerk. What the fuck? Okay. Ähm. Ich dachte, ich meine, da oben standen welche. Naja. Okay. Also, die Fabri... Ach, wer ist jetzt in einer Fabrik? Oh, heilig. Heilige... Heilige Mutter Christus. Schaut euch das an. What the fuck ist das? Okay, also... Es wird mir überhaupt nichts angezeigt. Das heißt, es ist eigentlich kein... Ja, anscheinend nicht rein. Alter, ist das laut hier. Seid doch, da oben steht einer. Ja, ich dir auch nicht. Was war das? Ich hab deine Freunde gerade umgebracht. Was war das? Oh, fuck. So, ich brauche eine freie Schussbahn. Bewegt euch doch mal. Fuck. Okay. Dann eben mit dem Elektroschocker. Oder haben wir... Ah, wir haben nur eine Rauchgranate. Wir nehmen die... Ach, scheiße! Ich bin so ein Vollhitel, was sowas angeht. Jetzt... Wo müssen wir überhaupt hin? Keine Ahnung. Irgendwas habe ich noch nie benutzt. Dann kriegen wir ja hier die Gelegenheit. Und warum war die Karte da grad grün? Speicherpunkt. Speicherpunkt. Interessant. Ey, hier sind viele, oder? Seid mal, bei diesen keinen Schritten sterben könnte. Na ja, anscheinend schon. Moin se, Bruder. Ich will jetzt mal einen schönen Elektroschock verpassen, ja? Habe ich ihn? Ah, das haben wir. Oh, vier Revolver, Muni. Ja, das ist gut. Brauchen wir. Ja. Okay. Es gibt ja immer noch Anzeichen für das Alien hier. Können wir irgendwas umstellen? Äh, nee. Gut, gut. Gut, 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 gut. Wohin geht's hier? Waren wir hier nicht schon? Nö. Fluid panned. Wir müssen nach links. Okay. Da, wo wir hergekommen sind. Und aus dem Fahrstuhl sind wir nicht gekommen. Wo führt der denn dann hin? Achso, zum Transit. Nee, Transit wollen wir nicht. Also, Fluid. 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 Facility Administration. Reception. Wo geht's denn zum Fluid? Das ist die Frage, ne? Wir sind einfach noch eine Etage höher, habe ich so das Gefühl. Einzige, was bleibt ist der Lüftungsschacht. Obwohl ich da nicht so gerne rein würde. Anscheinend haben wir keine andere Wahl. Ich weiß. Okay, das ist strange. Wie kommen wir denn dann bitte nach da? So, der ist mit Zwischen. Da kommen wir her. Muss doch irgendwas sein. Hm. Hm. Da oben müssen wir hin. Wie kommen wir denn da hin? Sehr gut. Ah. Da ist ne Leiter. Da ist ne Leiter. Ich weiß, wie kommen wir an die Leiter? Haben wir... Ne, haben wir nicht. Ist doch komisch, oder? Wie kommen wir denn bitte da hoch? Habe ich ne Ausfahrt verpasst, oder so? Ah. Haha. Okay, mal gucken, was haben wir denn hier? Kamera fehlt. Türzugriff. Welche Tür wieder hier zugegriffen? Kamera fehlt. Kamera ist da. Die Tür war vorher auch schon offen. Hä, what the f... What the heck geht hier ab? Versteht ihr das? Ich verstehe es nicht. Aber... Ist ja nicht so schlimm. Denn wir haben ja noch ein paar Folgen, die wir machen können. Und dann würde ich sagen, machen wir hier ne kurze Pause. Und ja. Bis dahin. Macht's gut. Und ciao. Euer Red Gamer.